Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Video über mein Manga-Regal hier. Und zwar ist das das Regal mit den noch nicht abgeschlossenen Reihen bzw. den aktuell laufenden Reihen. Ich habe ja auch Reihen hier, die ich noch nicht abgeschlossen habe, die aber eigentlich schon abgeschlossen sind in Deutschland. Auch schon länger teilweise. Aber dieses Mal geht es wirklich nur um dieses Regal hier, wo wirklich alle Mangas drin stehen, die momentan aktuell in Deutschland noch laufen und noch nicht in Deutschland abgeschlossen sind. Und ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Und falls euch das Video gefallen sollte, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Falls ihr mehr sehen wollt, gerne ein kostenloses Abo. Und dann jetzt ganz viel Spaß bei meinem... So, dann starten wir jetzt mit den angefangenen Reihen bzw. mit den aktuell laufenden Reihen von Tokio Pop. Das ist ganz oben, deswegen ist das mit der Kamera jetzt ein bisschen blöd. Ich musste die jetzt auf ganz, ganz hoch stellen. Deswegen habt ihr jetzt gerade so einen komischen Blickwinkel. Das wird dann im nächsten Fach besser. Und zwar habe ich hier als erstes 31i Dream 1 bis 4. Die läuft montan. Daneben habe ich auf der Suche nach Licht 1 bis 2. Ach ja, 31i Dream ist von Arina Tanemora. Und auf der Suche nach Licht von Shiki Kawabara. Daneben habe ich Buddy Go 1 bis 5 von Minoru Kurasaki. Das ist eine ganz, ganz niedliche Geschichte, finde ich. Das ist so ein Mädel, was sich als Junge verkleidet, um halt Tänzerin zu werden. Und sich halt nur in dieser Verkleidung zu tanzen traut. Und das ist total niedlich. Daneben den ersten Band von Chocolate Vampire von Kiyoko Kumagai. Hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, dieser erste Band. Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit dieser Vampirgeschichte. Und daneben Dein Verlangen gehört mir von Aihibiki 1 bis... Was haben wir hier? Ich sehe es gerade nicht. 1 bis 8. Ich habe versucht, der Reihe immer wieder eine Chance zu geben. Aber es ist einfach nicht meins. Ich komme mit dieser Reihe einfach leider überhaupt nicht klar, muss ich sagen. Und ja, ist leider nicht meins. Ich denke, ich werde es abbrechen. Ich glaube, es gibt es schon mittlerweile einen 9. Vielleicht sogar auch schon einen 10. Ich weiß es nicht, aber es ist überhaupt nicht meins. Deswegen bleibt es wahrscheinlich erstmal da stehen. Und mal gucken, ob ich es irgendwann weitersammle oder verkaufe. Dann habe ich hier Deine Teuflischen Küsse Band 1 von Kajoro. Den fand ich auch bisher schon sehr, sehr niedlich. Dann daneben Ein Freund für Nanaoka, Nanakonokea von Miyoshi Tomori und Saro Tekotsu. Das sind 1 bis... Was steht hier? 1 bis 6. Diese Reihe mache ich momentan auch nicht weiter, weil es mir einfach nicht gefällt. Es ist überhaupt nicht mehr meins. Also irgendwie der Zeichenstil ist wohl schön, aber die Story an sich interessiert mich einfach sowas von gar nicht mehr. Ich finde, die ist einfach nur nervig. Die Protagonisten sind nervig. Und keine Ahnung, irgendwie nicht meins. Daneben habe ich Haus der Sonne von Tamo Band 1 bis... Ich sehe es schon wieder nicht. 1 bis 9. Ich liebe diese Reihe. Die ist so, so toll. Ich kann sie euch allen nur empfehlen. Ein absolut toller Zeichenstil, der einfach mal richtig aus der Reihe fällt und anders ist. Mit einer ganz, ganz tollen Story, die ich euch wirklich nur ins Herz legen kann. Also eine meiner absoluten, momentan laufenden Lieblingsreihen. Daneben Kuss um Mitternacht von Rinn Mikimoto Band 1 und 2 fand ich schon ein bisschen super, super lustig, diese Geschichte. Also kann ich euch allen nur ins Herz legen. Ist wie immer von Rinn Mikimoto ein toller Zeichenstil. Und diesmal einfach mit einer super, super witzigen Geschichte, meiner Meinung nach. Daneben dann Liar Prince and Fake Girlfriend von Rinn Misa... Ach nee, von Rinn Miyasa Band 1. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich weiterlesen soll. Falls ihr meine Review gesehen habt, wisst ihr wieso. Daneben Love and Bright Band 1 bis 2 von Mika Sakurano. Der dritte Band ist ja jetzt auch schon erschienen. Der liegt aber momentan noch bei meinem Stapel für Mangas fürs Manga Update. Deswegen steht er nicht hier drin. Beziehungsweise wenn der jetzt da reinkommen würde, der dritte Band ist der Abschlussband, wird dieser Manga sowieso ins normale Regal wechseln, weil die Reihe dann ja abgeschlossen ist. Hat mir aber sehr, sehr gut gefallen, die Reihe, muss ich sagen. Daneben Mikamis Liebensweise, Band 1 von Hiro Aikawa. Ganz, ganz toller Zeichenstil. Und ich muss sagen, die Story hat mir in diesem ersten Band auch schon sehr, sehr gut gefallen. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Das war, ja, einfach irgendwie interessant und auch lustig und so. Und ich finde es bisher sehr, sehr gut. Daneben Miracles of Love, Nimm dein Schicksal in die Hand von Iyosaki Saka 1 bis 5. Da gibt es jetzt auch schon einen sechsten Band von. Den habe ich auch schon auf meinem Stapel fürs Manga-Update liegen. Finde ich eine ganz, ganz tolle Reihe, muss ich sagen. Ich liebe die Protagonisten, alle vier. Ich liebe die Geschichte, ich liebe den Zeichenstil. Und das ist einfach so eine total süße, ja, Schulromanze mit viel, viel verschiedenen Liebesgeschichten. Richtig, richtig schön. Daneben, na bei dir, Kimi Nyo Todoku von Karo Hoshina. Hier habe ich 1 bis 9 stehen. Und in der nächsten Regalreihe geht es weiter mit dem Manga. So, damit sind wir in der nächsten Regalreihe. Da geht es, wie gesagt, weiter mit Kimi Nyo Todoku nah bei dir von Karo Hoshina. 1 bis 27 sind das insgesamt. Die Reihe ist aber noch nicht abgeschlossen. Und ich kann sagen, obwohl die Reihe so viele Bände hat, ist sie einfach immer noch super, super interessant und super spannend. Wir gehen also wirklich von der Highschool bis jetzt ins Erwachsenenleben rein. Also wir sind jetzt momentan bei der Vorbereitung fürs College und das ist einfach mega, mega interessant, weil man einfach auch nicht so durch die Story gehetzt wird. Sondern es geht alles langsam. Es passiert wirklich, also es wird jüdisch, jeder Aspekt mit einbezogen. Und das ist einfach richtig schön, weil man hier so eine richtig, ja, eine richtig krasse Verbindung zu den Charakteren aufbaut. Einfach weil das halt so lang ist, ne. Und weil einfach so viele Charaktere ja auch da drin sind und die alle super gut beschrieben werden. Und das ist einfach eine super, super interessante Story. Dann habe ich daneben Rainbow Revolution 1 bis 7 von Mizuka Yosuhara. Ich glaube, die Reihe ist mit 8 Bänden abgeschlossen. Ich glaube, es kommt jetzt noch einer und dann ist sie vorbei. Und ich muss sagen, die Reihe ist super interessant. Es geht halt um Mobbing an der Schule und ja, was halt so mit Freunden passieren kann, beziehungsweise mit falschen Freunden. Und das ist eine super, super interessante Geschichte, wenn ihr euch für so ein Thema interessiert, was ja wirklich ein wichtiges Thema ist. Da das ja immer mehr wird in den Schulen auch und so. Und das ist ein richtig, richtig guter Manga mit einem tollen Zeichenstil. So, da kommen wir zu den letzten laufenden Tokio-Pop-Reihen. Und so habe ich hier Sommer der Glühwämmchen 1 bis 9 von Nana Haruta. Auch eine ganz, ganz tolle Reihe, muss ich sagen. Sehr interessant, sehr süß, sehr voller Liebe mit einem ganz, ganz tollen, niedlichen Zeichenstil. Und einfach eine super, super Liebesromanze. Dann habe ich hier gerade stehen Sparky Lineboy von Yoko Maki. Fand 1 bis 3 mittlerweile schon. Und ich muss sagen, das ist auch eine meiner liebsten momentan laufenden Reihen. Die Reihe ist einfach... Na, kommen wir da wieder hin. Die Reihe ist einfach mega, mega schön. Das sind super tolle Zeichnungen. Es ist so eine niedliche Liebesgeschichte. Einfach mit zwei Protagonisten, die einfach total naiv sind, was Sachen Liebe angeht und so. Und das ist einfach total niedlich. Und ich kann es euch nur ans Herz legen. Das ist richtig, richtig süß. Daneben Suisei Band 1 von Mori Yukimaru. Ich glaube, der zweite Band müsste jetzt auch bald erscheinen. Aber das ist auch eine richtig niedliche Story bisher. Ein ganz, ganz toller Zeichenstil. Und natürlich geht es auch um Liebe. Es geht darum, dass unsere Protagonistin halt früher im Leichtathletik-Team war. Und jetzt ein bisschen mädchenhafter werden möchte. Und sich die Haare lang wachsen lassen möchte. Und jetzt ins Blasorchester geht. Und ja, einfach mal was anderes. Nicht immer nur diese Sporty-Geschichten von wegen, die Mädels wollen Basketballer haben oder sonst was. Sondern einfach mal hier jetzt eine Glaskapelle, was man ja so echt selten mal im Manga hat. Dann daneben Und Wenn Ich Dich Lieben Würde von Yuki Shiraishi Band 1 und 2. Hat mir bisher auch sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ein ganz toller Zeichenstil. Und kann ich euch nur ans Herz legen. Ist schon sehr, sehr interessant. Und daneben Yona, Prinzessin der Morgendämmerung von Mizuho Kusanagi Band 1 bis 10. Auch eine ganz, ganz interessante Reihe ins Fantasy gehende. Beziehungsweise nicht nur ins Fantasy gehende. Es ist Fantasy. Mit ganz, ganz viel Liebe auch dabei. Ja, okay. So viel Liebe jetzt nicht. Aber man merkt schon, es ist Liebe dabei. Nicht nur diese normale Liebe, die man halt kennt. Sondern auch diese freundschaftliche Liebe und Familienliebe. Und das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Mit einem, ja, ganz tollen Zeichenstil. Und einfach sehr, sehr interessant. So, und damit kommen wir zu meinen ecken und laufenden Reihen. Da habe ich einmal Kamikami Kaeshi 1 bis 7 von Emato Yama. Da ist der achte Band ja jetzt auch rausgekommen. Das ist der Abschlussband. Das heißt, wenn ich das Manga-Update fertig habe, wird diese Manga-Reihe aus diesem Regal rauskommen und ins normale Regal wandern. Am Anfang hat mir die Story nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Ich meine, ich liebe Emato Yamas Zeichenstil. Aber die Story hat mich einfach überhaupt nicht geflasht. Zum Ende muss ich sagen, hat es mir ein bisschen besser gefallen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, dass es war die übertolle, mega, super Story. Daneben L.D.K. oder L.LoveDK. Von Ayu Watanabe 1 bis 22. Eine mega, mega tolle Reihe. Es sind zwar mega viele Bände bisher. Und es hat auch noch kein Ende. Aber es ist mega interessant, mega spannend, mega niedlich. Und ein ganz, ganz toller Zeichenstil. So und weiter geht es wieder in der Emato Yamas Reihe. Und zwar Love Hotel Princess 1 bis 5. Ja, Zeichenstil mal wieder mega. Aber Story muss ich sagen, einfach, ja, einfach nix, was mich da überzeugt. Und leider gar nicht, also gar nicht meins bisher. Also ich glaube, der fünfte Band war ein bisschen besser als die anderen meiner Meinung nach. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, voll die tolle Story. Muss ich unbedingt weiterlesen. Also, ja, war nicht so meins. Dann daneben Namaki Sakari Frechverliebt von Mitsubashi Miyuki 1 bis 3. Das hat mir bisher richtig, richtig gut gefallen. Fand ich eine mega, mega niedliche Story. Sehr interessant. Hier geht es, glaube ich, auch um Basketball. Ist das dieses mit dem Basketball? Ja, ich meine, es ist das mit der Basketball-Story auch. Aber eine sehr, sehr interessante Story, auch wenn es wieder mal um Basketball geht. Und eine sehr, sehr süße Liebesgeschichte. Und, ja, sehr niedlich. Dann daneben Our Miracle 1 bis 12 von Natsuo Kometa. Die Reihe, ja, ist wohl interessant. Sehr, sehr viele Charaktere, wo ich erst echt Probleme hatte, mich da überall wieder reinzufuchsen jedes Mal. Und es ist jetzt auch schon länger kein neuer Band erschienen. Ich hoffe, es erscheint bald mal wieder ein neuer, weil sonst habe ich wieder alles vergessen, was die Charaktere auch angeht. Und dann, ja, dann darf ich erst mal wieder alle durchlesen und gucken, wer war jetzt nochmal wer wert, wie, irgendwie, wo, was gemacht. Und, ja, mal gucken. Und daneben Say I Love You von Kanae Hazuki 1 bis 4. Ja, auch super, super interessant, super niedlich. Also, wirklich eine ganz, ganz tolle Liebesgeschichte, die mal ein bisschen anders ist. Unsere Protagonistin ist wirklich... Unsere Protagonistin hat hier irgendwie so gut wie gar kein Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen. Und, ja, ist halt immer so, im Hintergrund hält er sich immer zurück, macht immer nur alles für andere. Und, ja, hier lernt sie halt jetzt mal, dass es auch anders sein kann, dass man auch... Ja, das ist wichtig, ist auch so ein bisschen auf sich selber aufzupassen und auf sich selber zu hören und auf seine Gefühle und eine sehr, sehr interessante Geschichte. Kommen wir zu den letzten Mangas von Eggman, von den laufenden Reihen. Und zwar habe ich hier Tsubasa World Chronicle Nira Kani 1 bis 2 von Clamp. Den dritten habe ich auch bei meinem Manga-Update liegen. Das heißt, mit den drei Bänden ist er dann noch abgeschlossen. Dann kommt er auch ins andere Regal. Und, ja, ich musste erst mal wieder die ganzen alten Tsubasa-Bände lesen, um da so ein bisschen reinzukommen, muss ich sagen. Weil das ist halt echt so... Wenn man es so lange nicht gelesen hat und es so viele Charaktere und so viel ist in dieser Geschichte einfach passiert. Ich musste wirklich erst mal das wieder lesen, damit ich alles so im Kopf hatte, worum es nochmal ging. Aber war ganz in Ordnung. Also es war jetzt nicht der Mega-Band von Clamp... Also nicht die Mega-Reihe von Clamp, aber war in Ordnung. Und daneben dann als letztes Waiting for Spring von Anna Sheen 1 bis 7. Ach, die Reihe finde ich ja auch so, so toll. So viele tolle Charaktere. Es geht mal wieder um Basketball. Aber es ist einfach super interessant, super niedlich. Und ich bin schon sehr gespannt auf den achten, weil... Ich glaube, da wird es dann endlich mal so richtig so... Ja, ich glaube, da wird dann richtig, richtig was passieren. So, ich komme leider nicht weiter mit meinem Stativ runter. Deswegen habe ich euch jetzt in der Hand. Also falls es wackelt, tut es mir leid. Wir kommen jetzt zu den KC-Laufenden Reihen. Da habe ich einmal Last Game 1 bis 10. Ja, mit diesen ganz tollen, unterschiedlichen Logos von Shinobu Amano. Auch wenn die Buchrücken jetzt nicht mehr so toll aussehen, dadurch, dass sie so verschiedene Dinge haben. Aber die Story ist sehr interessant. Sehr lustig vor allen Dingen. Einfach, weil die Charaktere so naiv sind. So blöd naiv. Und das ist einfach... Das macht es einfach mega, mega lustig, diese Story. Und ja, hat mir sehr, sehr gut bisher gefallen. Und daneben haben wir dann Magi, The Labyrinth of Magic von Shinobu Otaka 1 bis 31. Ja, am Anfang hat es mir nicht so gefallen. Dann hat es mir zwischendurch gefallen. Jetzt gefällt es mir schon wieder nicht mehr so, weil es einfach mittlerweile zu lang geht. Und ja, ich glaube, da brauche ich sonst nicht viel zu sagen. Viele von euch werden die Geschichte kennen. Und ja. Und dann habe ich hier This Lonely Planet 1 bis 2 von Mika. Ich kann es nicht lesen. Es tut mir leid. Ich wackele ein bisschen jetzt. Der ist von Mika Yamamori. Den fand ich ganz, ganz niedlich. Das ist eine ganz, ganz süße und interessante Geschichte, muss ich sagen. Also die hat mir sehr, sehr gut bisher gefallen. Ein Mädchen, was halt jetzt die Haushälterin von einem Schriftsteller ist. Und ja, eigentlich Schülerin halt ist. Und jetzt so ein bisschen so damit klarkommen muss. Mit diesem, ja, älteren Mann. Also so alt ist er nicht. Sagen wir mal, ich weiß nicht, ich glaube Mitte 20 oder so. Und ja, natürlich verliebt sie sich in ihn. Und das ist eine super niedliche Story bisher. Und daneben zeigt mir, was Liebe ist. Von Nao Hinashi 1 bis 2 auch. Oh mein Gott, das ist auch eine richtig süße Story. Der Junge, der einfach einen bösen Blick hat. Und den alle für böse auch halten deswegen. Und das Mädchen, was einfach mega naiv ist. Super lieb. Und ja, diesen Jungen halt aus diesem schwarzen Loch. Halt holen will und zeigen will, der ist gar nicht so, wie alle denken. Und ja, das waren auch schon alle Kase-Reihen, die ich habe. Und jetzt kommen wir zu den laufenden Carlsen-Reihen. Da habe ich nur zwei laufende Reihen, muss ich sagen. So, da sind die beiden laufenden Reihen. Einmal 12 Jahre von Nao Maita, Band 1. Da muss ich unbedingt mal weiterlesen. Da geht es halt um, ja, 12-Jährige, die die Liebe kennenlernen. Und da gibt es mittlerweile schon ein paar mehr Bände davon. Ich müsste da echt mal weiterlesen. Und letzte Reihe von Carlsen, die ich laufend habe. Von Ishigo Takano Dreaming Sun 1 bis 2. Eine super, super interessante und sehr, sehr schöne Reihe. Zeichenstil ist Bombe. Ihr kennt ja alle Orange. Und, ähm, also viele von euch kennen, glaube ich, Orange. Und, ähm, ja, gleiche Zeichnerin. Und einfach mega, mega schön. Sehr interessante Story. Sehr niedlich. Sehr witzig vor allen Dingen diese Reihe. Nicht so, ähm, sentimental wie Orange. Aber sehr, sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Und wenn ihr Orange mögt, ich habe gesehen, es kommt jetzt bald noch ein sechster Band raus. Eigentlich war die Story ja mit fünf Bänden abgeschlossen. Aber in diesem sechsten Band, ähm, werden nochmal so ein paar Side-Stories, äh, irgendwie auf, ja, rausgekramt. Das ist halt sozusagen so ein extra Band, der in sich abgeschlossen ist. Und ich bin schon sehr gespannt. So, das war's auch schon. Ihr habt gesehen, ich habe von Tokio Pop und Egmont am meisten Laufende Reihen. Und, ja, ja, und ich hoffe halt, dass euch das Video gefallen hat. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr noch so für Laufende Reihen, ähm, momentan in eurem Regal stehen habt. Und ob irgendwas davon vielleicht bei euch auch zu Hause steht. Und, ja, dann hoffe ich natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bye, bye!